Hallo ihr lieben Patienten und Mitpatienten, vielleicht seid ihr auch Ärzte, ich weiß es nicht. Willkommen zurück zu einer kleinen neuen Runde Arztmedicine. Und na klar, wir kriegen wieder Dinge. Das ist super. Kriegen ein paar Herzen, damit ich mir das Ganze auch leisten kann. Dankeschön. Ja, die Kiste wird für mich ewig verschlossen bleiben. Ich weiß es einfach. Ich weiß auch das Stromausfall, was ich ja so sehr liebe. Ah, Stromausfall. Ich sehe dann aber nichts. So, gleich sind wir weg. Da. Oh Gott, ich habe wirklich nichts gesehen. So ein paar Dinge kann ich mir ja ungefähr erahnen, wo die sind. Aber es gibt echt so zwei, drei Sachen, da weiß ich null, wo die sind. Wenn mir dann hier der Strom weggeht, dann bin ich echt ein bisschen gearscht. So, flupp, flupp, flupp. Äh. Es ist aber schön, dass sie da steht und mit dem Kopf schüttelt, wenn sie sagen, Warte, nee, das ist falsch. Das ist toll, dass du weißt, dass das noch falsch ist, also. Das ist wenigstens, dass auch noch ohne Licht funktioniert. Okay. Mach das Licht aus, bitte. Äh, Blut ist da oben. Ah, gut, das funktioniert noch. Oh Gott, mach es mir jetzt nicht so schwer, Mäuschen. Oh Gott, sogar im Dunkeln gefunden. Aufhören. Hinlaufen. Maske nehmen. Hier hinbringen. Da hinbringen dich, da hinbringen dich, da hinbringen dich, da hin. Ja, lauf im Dunkeln da hin. Oh Gott. Es gibt Dinge, die funktionieren so viel im Dunkeln. Ich bin von dem Level nicht begeistert, aber es gibt Schlimmere. Es gibt wahrhaftig Schlimmere. Ja, mach mir doch noch einmal das Licht aus, bitte. Ja, okay. Das können wir doch nochmal machen. Ah, scheiße. Oh Gott, ich habe festgestellt. Yeah. Nichts sehen, ne? Aber wenigstens füße ist es ja unfassbar. Okay, gut, ich finde mich gar nicht so übel. Ich weiß, es gibt Leute, die sind 10.537 mal besser. Ich weiß das. Das ist okay für mich. Hm, machen wir es nicht. Hm, machen wir es nicht. Irgendwas gab es nochmals. Moment. Minispiele? Endstream-Analyse. Plus zwei Sekunden, um dieses Minispiele abzulösen. Hm. Oh Gott, es gibt hier so viel, ne? Plus zwei Sek- Alter, die Bräuler da wirklich. Hätte ich das gewusst, dass es die Möglichkeit gibt, ne? Alter, Schwede. Fünf. Vier? Zwei. Dann gehen wir doch erstmal zu dem, wo ich nur zwei habe. Ach so. Ach, das blöde Knopfdrück-Dingens. Oh, Moment, ich habe zwei Sekunden länger. Ja, ich es jetzt nicht mehr schaffte, weiß ich überhaupt nicht. Dann bin ich echt ein Loser vor dem Herrn. Oh, Moment, ich muss den Knopfdrücken hier. Rinde da. Du dahin. Du dahin. Du Flasche. Du Minispiel. Puh. Ist es nicht so, dass das Spiel manchmal herausfordernd ist? Manchmal ist es das aber schon. Äh, dum, dum, dum. Es gibt bestimmt Leute, die sind da, die rabbeln das durch, wie was weiß ich nicht. Da wird ich drum. Dass es diese Menschen gibt, aber zu denen gehöre ich nun mal offensichtlich nicht, wie ihr merkt. Oh, 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 oh. Du sollst dich um den Heinz da kümmern, warum machst du das nicht? So, das ist... Es fehlt mir bestimmt wieder so ein halber Punkt, so eine Mühe. Na, wie viel Prozent fehlen mir? Fünf? Ne, war nichts im Fall. Wenigstens 54. Okay. Wo dahin? Minispiele. Komm, wir hauen noch einmal Minispiele hier durch. Das hatte ich schon mit dem Plus und so, aber es ist trotzdem schön. Ne, dem und die. Da. Schön, Dankeschön. Dann habe ich das Drama wenigstens hinter mir. Da oben. Und da oben. Etnamblümchen und Punkte. Sehr schön, auch da haben wir dann endlich alles. Gut. Machen wir erstmal die Nebenlevel hier noch fertig, würde ich sagen, und dann den. Ah, Stromausfall. Oh Gott. Ja, komm. Ich mag Stromausfälle. Ich sehe nichts hier jetzt. Oh. Wenigstens flackert hier noch nichts. Geh aus. Geh aus. Geh einfach aus. Äh. Das kann ich im Dunkeln tatsächlich nicht. Wie man vielleicht festgestellt hat. Weil ich nichts sehe. Was ist das? Supi. Ähm. Wenn ich das noch sehe, ist alles gut. Oh Gott. Oh Gott. In Dunkeln ist er echt zum Kotzen, ja. Mhm. Ich will doch nur Dinge sehen. Warum macht ihr mir ständig das Licht aus? Mhm. Nee. No. So flackert das auch schon wieder. Einmal das Futsuchen, was da ist. Einmal eine Atemschutzmaske. Dass die im Dunkeln weiß, wo sie hin muss, ne? Muss man hier ja auch mal lassen. Sehr beeindruckend. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Vielen lieben Dank. So. Fünf. Das sind vier. Fünf, fünf, fünf. Okay, dann mach das hier. Okay. Flup. Flup, flup, flup. Okay. Flup. Flup, flup, flup. Flup, nächster. Oh Gott, ich fang jetzt schon beschissen an hier. Huh? Hm? Oh. 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 Uh. Mm. Uh. Uh. Mm. Uh. Punkte, Streifen. So, sieh zu, dass die wegkommen. Alter, danke. Schwein. Ja, ich werde gerade wieder hoch. Ruhig, weil ich mich gerade ein bisschen konzentriere. So, oh Gott. Ja, da war ich jetzt gerade wirklich ein bisschen ruhiger, das zunge ich. Leid, aber ich war gerade hochkonzentriert. Leid, wenn man ein bisschen Zeit davon gelaufen ist. Und immer geht es wieder weiter runter. So, bin ich dann da jetzt mit einem durch? Dann fünf, fünf, fünf. Ja, wir scheinen die Zusatzlevel soweit alle gepackt zu haben. Also. Das hier nochmal. Meint ihr wirklich, das stirbt jemand? Wenn ja, fände ich das sehr schlimm. Also, dann fände ich das wirklich schlimm. Ich kann es mir halt irgendwie nicht vorstellen, aber... Es hat's, Männer sind aber, da sind auch schon... Ja, da sind auch schon andere gestorben. Hallo. Er bewegt sich da nicht hin. So, jetzt drückt er da nicht in der Mitte. Also, wahrscheinlich, dass er das nur einmal drücken darf, oder was? Es ist ja super, so, wo ist das Zettel rum. Es kann so einfach sein. Ich mache mir einmal den Staubsauger an hier. Für mich klingt das immer wie ein Staubsauger. Das war falsch. Da, da hin. Da, da hin. Ja. So, du und du und du und du und du und du. Nee, du nicht, du und du und du. So, hier, Schönling. Ich vergesse deinen Namen, aber deswegen nenne ich ihn nur Schönling. Ja, Gott sei Dank. Warte, schön, ich krieg die nicht mehr zusammen. Heilige Makrele! Heilige Makrele, so. Überspringen. Dann haben wir hier jetzt das Vorletzte in diesem Level. Und irgendwas scheint da ja... Eine kleine Überraschung. Eine positive oder eine negative. Wir werden es sehen. Schon irgendwelche Neuigkeiten über das Pilotprojekt? Ich habe sie heute schon zweimal angerufen. Sie dürfen es nicht überstürzen, das Projekt ist schon riskant genug. Sophia hat sich freiwillig gemeldet. In Anbetracht, wie weit ihre Krankheit fortgeschritten ist, ist sie die aussichtsreichste Kandidatin. Und sie will es auch tun. Die Seuchenschutzbehörde wird letztendlich entscheiden, welcher Patient für das Pilotprojekt am geeignetsten ist. Aber danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, Alison. Daumen drücken, dass wir bald die Genehmigung bekommen. Bis dahin, forscht weiter. Wir sind noch nicht über den Berg. Bob, erinnerst du dich, was wir für Eliza getan haben? Ich hätte eine weitere Bitte. Was für eine Bitte? Verwende... ...einen Gegenstand innerhalb von sieben Sekunden, wenn du ihn genommen hast. Warum? Achso. Warum bin ich denn jetzt wer anders? Warum bin ich denn jetzt jemand ganz anderes? Ich würde sagen, dass ich irritiert bin. Doch, ich bin irritiert. Warum ist das so? Das finde ich ein bisschen... ...bisschen komisch, aber gut. Ich spiele auch sie ganz gerne mal. Ähm... ...klopp. Achso, blub. Ah, Schwein! Hab ich gesehen, Schwein! Hm, nein. Wollen wir es für mich einfach machen, weil es das Einzige ist, was da... ...ähm... ...flümp, flümp, flümp. Einfach mal die untere Reihe. Oh. Das mache ich ja sowieso immer. Wenn wir rumstehen, tun die... ...alt werden die bei mir sowieso nicht, so. Und ja, ich ziehe das Level jetzt nochmal eben durch hier. Einstellen haben wir auf jeden Fall schon mal. Wie schön. Ja, hier wird sofort geputzt, wenn da einer geht. Wir sind hier in einem Krankenhaus. Seid die Hygiene oberste Priorität, ja? Darüber diskutiere ich auch nicht. Mhm. Darüber diskutiere ich auch ausnahmsweise mal nicht. Mhm. Mhm. Ja, 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 so. Schön Ding. War klar, dass die da hingeht, ne? Ich will nicht sagen, dass die beiden das perfekte Paar wären, aber leider ist es so, ne? Mein armes kleines Herzbruch gebrochen. Wie soll ich schon kommen? Er kommt bestimmt mit unserer blonden Schönheit zusammen. So. Es wird bestimmt so kommen, oder? Sagt es mir, seid ehrlich zu mir. Los, besuchen wir deine Mama. Alisson, JJ, was... Ich habe es so sehr vermisst, ihn zu halten. Ich habe mit Mama im Arm eingeschlafen. Ich habe mit Mama im Arm eingeschlafen. Mit der nicht süß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bye-bye. Bis dahin. 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 Vielen Dank.